17 Strophen oder Freude, schöner Gott erfucken, das hat halt eben auch 8 Strophen. Bei mir gibt es immer alle Strophen natürlich, das muss derjenige, der sich's gewünscht hat, auch dann anhören bis zum Schluss. Die anderen würden den Saal verlassen, wenn's zu lange dauert. So, jetzt geh ich nochmal runter. Das war also das Waldhorn, da, wenn ihr nichts dagegen habt, mach ich jetzt mein Försterliedchen, ja? Und? Also antwortet mit Ja. Ja! Ja! Gehen wir zu dir. Oder zu mir hab ich dich gefragt, da hast du es gewagt und zu mir gesagt, wenn du nicht lärmst, mich schön wärmst, sodass ich nicht frier, ja? Dann bleiben wir hier und dann treiben wir es mal außer Haus. Immer wie so ein Grund, man kommt ja so selten raus. Und das ist ja nicht gesund und aus diesem Grund treiben wir's bunt. Und das sind mal nur, passte nicht auf. Mutter Natur, in der Natur. Ja, wir laufen jetzt kurz darauf, geht's ab auf den Rasen. Und noch ist kein Mensch zu sehen, nur ein paar Rasen und ein paar von den Rehen, die da immer rumstehen. Doch jetzt kommt der Weidmann und er lacht so breit und er singt schöne Weid. Wann hast du heut für mich Zeit und wann hast du heut für mich Zeit und weil dich das so freut, gehen wir ab heute. Nur noch zu dir oder halt zu mir, nur nicht ins Waldrevier, wo außer Getier, wo außer Hirschchen, Hasen und Rehen. Noch ganz andere Bürschen auf dem Rasen rumstehen. Und du, ich find das nicht schön, wie all diese Schmucken, Jägerlein, die so sehr beeindrucken. Und du fällst auch nur rein auf ihr Jägerlatein. Jetzt gehen wir zu dir oder zu mir oder ich recherchiere, was der Chef vom Revier, dieser Waldkavalier, außer Gelächter, noch zu bieten hat. Vielleicht hat er ja Töchter und die wollen grad einen Mann aus der Stadt. Komm jetzt, wir gehen, es tummeln sich ja mittlerweile schon zehn und die fummeln an dir und du lässt es geschehen. Komm lieber mit mir, der Tag war so schön, doch jetzt müssen wir nach Hause gehen. Sei lieb und lass mich nicht so stehen, sag tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen, adieu, bis bald, bis zum nächsten Aufenthalt. Im schönen deutschen Wald, im schönen deutschen Wald. Also wir haben diese verschiedenen Instrumente, also wenn ich verkehrt spiele, dann spielt auch das ganze Orchesterverkehr, das ganze Waldkavalier, das bin ich schon nicht. Das ist halt nur so ein kleiner Trick, damit es nicht so langweilig wird. Jetzt spiele ich noch ein letztes Lied, bevor dann die anderen wieder rankommen. Lili Marleen mache ich dann in der zweiten Runde, mache ich erstmal so, wenn ich mich vorstelle, meine eigenen Lieder. Und weil die jetzt alle ein bisschen lahm waren, die ich da gespielt habe, sehr zart, mache ich jetzt was Rockiges. Aber auch meine rockigen Lieder sind doch sehr zart, heißt auch Zartchor mein Programm.